Ja, wir kommen zur Union Klasse 3 und da haben wir mit der 31 Frau Maik Jakobetti, mit der 34 die Selina Liebmann, mit der 35 der Jonas Wilke, mit der 36 am Start der Maximilian Träugel und mit der 32 der Tim Wunderer. Ja, und wir haben auch Helfer, der Maik Jakobetti ist hier mit Rot am Start, die Selina Liebmann mit Blau, der Jonas Wilke mit Weiß, der Maximilian Träugel mit Gelb und der Tim Wunderer mit Grün. Ja, und der Heinrich Diener, unser Stadtmarschall, gibt dann auch Starthilfe, damit das Motorrad wieder angeht. So kommen alle hier an den Stadtbahnkohl und der Start kann auch unmittelbar gleich erfolgen. Ja, und der Start ist der Punkt, der Paul ist hier mit der Innenfarbe, die macht nicht mehr. Die Paul ist von der Innenfarbe Gelb, der Maximilian Träugel. Also, es steht aktuell auf dem Pflicht intermarschlichkeit. Ja, und wir sind auf dem Pflicht Everyone Träugel. Auf dem Pflicht der 29ue Daimann, glaube ich. Das war aber weit niveau Venice und次 Joachim Nassim Nassb Prime. Auch wenn, der Jonas Wieke kann dann noch bedrängt werden. Ja, und Wunderschake Celsius. Es gewinnt die Selina Hühmann, von der Frau Weiß hier als Jonas Wilker, dann die Hellfarbe Gelb, der Max mit der Träume, dann die Hellfarbe Gelb.